Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Way of the Hunter im Story-Modus. Und wir sind in Nespers Valley und da gehen wir einfach mal direkt rein. Ist das schön. Ja und wir starten hoffentlich an der Stelle, wo ich auch aufgehört habe, nach der letzten Folge. Tja, da war ich irgendwie ein bisschen unruhig und fand so, ich kann das so irgendwie nicht lassen. Ich muss nochmal hier hin zurück. Genau, und mir dieses Blut angucken. Ich bin jetzt, Momentchen mal, ich bin jetzt halt genau da. Ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten aus dieser Position heraus, hier unten vom Ufer, hier so hingeschossen auf ein, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Wir gucken mal eben, was war es denn für ein Tier? Tier hat überlebt. Naja, wie dem auch sei, jedenfalls denke ich, dass das jetzt hier weitergeht, diese Spur. Genau, dieser Spur folgen wir jetzt mal. Das wäre so ein bisschen die Idee, was ich heute machen wollen würde. Maultierhirsch, okay. Maultierhirsch. Genau, hier haben wir das Blut dann. Kleine Menge Blut, klar. Warum am Anfang immer steht, dass die Tiere überleben, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Gucken wir mal, wo es hier so weitergeht, hier hin, die sind schon auch hier reingelaufen, ne. Ich hab da hinten ist nochmal was, nein, das ist wieder Kaka auf dem Dings. Es kann sein, dass wir das Tier nicht finden. Wir müssen nochmal schauen, wie wir das machen. Oder ist das hier hinten Blut? Ne, das ist Kaka, ne. Das ist halt auch nett. Oh, das ist auch Blut. Ah ja, okay, hier ist quasi geblutet und geköppelt worden. Dann gucken wir mal weiter. Ich schätze mal, dass es hier weitergeht. Aber hier ist nur... Aber hier ist noch was, was ist das hier? Aber Kanscher Dax, ne, das ist nicht das, was wir wollen. Wir wollen hier schon auch... Also das ist noch ein bisschen... Schwierig zu sehen. Gehen wir nochmal zurück. Jetzt haben wir uns wieder hier verlaufen wegen den blöden Bäumen. Das ist ja auch ein Getue hier, meine Güte. Also schauen wir nochmal. Schauen wir nochmal, schauen wir nochmal. Hier ist jetzt Blut, das hatten wir ja, ne. So, hier seht ihr das Blut. Und es müsste doch jetzt da so lang gehen, genau. Und hier gibt es auch nochmal Blut. Und jetzt ist die Frage, wo lang? Das ist jetzt hier ab so komisch abgeknickt. Heißt das, das Tier ist hier wieder lang gerannt in die Richtung? Lass mich nochmal ganz kurz gucken. Also das mit dem Blut ist wirklich, das ist was, was wir lernen müssen. Ja, ihr seht nämlich hier zum Beispiel ist das so. Das ist in die Richtung zeigt. Und hier sieht das Blut plötzlich anders aus. Fasanen, wenn ich ruhig, ja, wir könnten nochmal ein Fasanen schießen. Übrigens hat jemand in die Kommentare geschrieben, ich glaube der Roman war das, dass man tatsächlich Fasane mit Schrot schießt, dass das dann mitunter ein bisschen schwierig zu essen ist. Ja, das ist bedauerlich. Ich esse persönlich keinen Fasanen, aber na gut. So, das sieht doch jetzt aus, als wäre das Tier dann vielleicht nach hier weggesprungen, oder? Also das ist mir hier nicht ganz klar, wo das Tier hin ist, tatsächlich. Ich sehe nämlich keine anderen Spuren, das ist auch einfach sehr hell. Okay, vielleicht kann man nachts eher was finden. Wir gucken mal in Ruhe weiter. Wir haben ja ein bisschen Zeit, wir müssen ja nicht hetzen. Ich hoffe, das Projekt kommt insgesamt gut an. Ich kann das gerade nicht so einschätzen. Das könnte man doch meinen, der müsste doch hier eigentlich weitergelaufen sein, der Maultierhirsch. Maultierhirsche sind halt auch ziemlich viele hin und her gelaufen, muss man auch so sagen. Da waren auch einige Maultierhirsche dabei, das war eben nicht nur einer. Ja, vielleicht haben wir das dann tatsächlich verloren, das Tier. Also das ist, ähm... Upsi. Das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm, das... Habe ich gar nicht gesehen, dass ihr da seid, das tut mir sehr leid. So, es ist einfach auch nichts zu sehen mehr. Kann natürlich sein, dass das Tier einfach auch nicht mehr geblutet hat danach und dass wir deswegen auch nichts mehr finden. Ja, ich finde nichts mehr, das ist bedauerlich. Also, ich hätte mir das auch nochmal angeguckt. Tatsächlich sah es ein bisschen so aus, als hätte ich das Tier getroffen an, ja, einer guten Stelle, sage ich mal. Aber letzten Endes, ihr seht es ja, ich finde eben keine Pferde mehr hier. Naja, drück' doch mal. Und deswegen müssen wir wahrscheinlich jetzt die Suche erstmal aufgeben. Das ist sehr bedauerlich. Ich meine, wir sind ja extra hier hinten gestartet und ihr seht vielleicht... Also, wir gehen dann nochmal zurück. Ich meine, ich meine, das Tier wäre schon auch hier reingerannt. Also, es ist auf jeden Fall hier lang gelaufen. Nur wo und an welcher Stelle es jetzt hier quasi weitergelaufen ist. Also, ob ich es jetzt wirklich so tödlich verletzt habe. Also, ich kann es nicht sagen. Ich sehe halt keine Spur. Man kann es nochmal nachts versuchen. Ich meine, jetzt haben wir natürlich auch hier Sonnenbeschein. Also, ich meine, ihr seht ja, das ist ja von den Spuren finden wirklich sehr, sehr schwierig. Das ist das hier, Maultierhirsche. Dass die Dachse nämlich auch noch hier langlaufen, ist einfach auch blöd. Die sind halt ziemlich viele. Weil die dann hier nämlich grasen oder älsen oder wie heißt das hier? Ruhen. Okay, es heißt ruhen, die Fachsprache. Es heißt ruhen. Nun gut. Dann machen wir folgendes. Dann werden wir hier schnell reisen hin. Denn wir müssen hier irgendwas tun. Das ist ein bisschen die Mission. Wir gucken mal. Wir gucken mal da, ob wir das nochmal. Spähe einmal schießen, einmal. Ne, spähe zweimal schießen, einmal. Kehre zum Jagdhaus zurück. Haben wir. Wir versuchen das mal nachts nochmal. Ihr seht ja, ich habe mir ein paar Sachen markiert. Hier die blauen Punkte. Das sind eben Punkte, wo wir auch tatsächlich was gejagt haben und geschossen haben. Hier weiß ich gerade gar nicht. Das entferne ich nochmal. Aber hier müsste eigentlich was sein. Naja, wie dem auch sein. Wir gucken mal ein bisschen mehr nach der Story jetzt hier. So, kehre zum Jagdhaus zurück. Gehe ins Bett und schlafe bis zum Sonnenaufgang oder wache zwischen 6 und 9 Uhr auf. Ich glaube, das ist immer noch ein bisschen Tutorial. Es geht hier nur im Stundentakt. Ja, dann ruhen wir mal bis 6 Uhr. Sonnenaufgang. Du bist nun bereit für die Jagd. Erreiche Hollywoods Revier. Neue Mission Hollywood. Das ist gut. Gucken wir doch nochmal ganz kurz in die Ziele. Die hier können wir einklappen mit T-Aufgaben. Wer hätte das gedagst? Naja, gut. Aktiv. Die Story-Mission ist Hollywood. Erreiche Hollywoods Revier. Wir wollen ja diesen Mautier-Hirsch ein bisschen erlegen. Und wir gucken nochmal ins Inventar. Auf 1 war die Jagdstufe 5. Auf dem hier war die Jagdstufe 4. Opas altes Gewehr. Es wäre natürlich schön, wenn man mehr nehmen könnte. Kann man aber leider nicht. Wo ist denn hier der? Wo war denn hier der? Ist das hier? Was war das? Mission abgeschlossen. Spiele zweimal, schieße einmal. Achso, ja, kriegen wir da noch irgendwas für? Ich dachte, es gäbe vielleicht noch irgendwas. So, im Besitz ist die Remington 7, 8, 3. Das ist das Repetiergewehr. Achso, hier, Lager. Ja, genau, Lager. Wir haben noch die Flinten. Genau, das war die, die ich mir nochmal angucken wollte. Das war die für den Fetisch-Rot, für die kleinen Schnitzel. Also, die Fasane war ich natürlich. Die Fasanen-Schnitzel. So, wo müssen wir jetzt hin? Wir gucken nochmal. Wir müssen jetzt hier nochmal zu Hollywoods Revier. Einen Schnellreiseplatz haben wir hier nicht. Aber wir laufen quasi den gleichen Weg nochmal. Das ist nicht so schlimm. Dann kommen wir nämlich auch nochmal da unten vorbei. Da müssen wir hin ungefähr irgendwo. So, das müsste doch die Richtung sein. Ja, genau. Ja, wir könnten das Auto nehmen. Aber ehrlich gesagt, nur ein bisschen so ein kleiner Marsch zu Fuß ist auch nicht schlecht. Wir werden mal noch ein bisschen die Umgebung kennen. Gar nicht so schlecht. Ja, ansonsten ist ja heute dann Montag, wenn ihr das hier seht. Ich hoffe, dass das gut bei euch ankommt. Und dass wir hier so eine kleine Gemeinschaft bilden von Menschen, die das spielen mögen. Und die die Story auch mögen. Und dann haben wir so ein bisschen was, was, ich sag jetzt mal, für die Menschen da ist, die Call of the Wild mögen. Und diejenigen, also der Hunter. Und diejenigen, die eben das Spiel hier mögen. Dass man so ein ausgeglichenes Mittelmaß hat. Das finde ich gut. Wir können auch mal überlegen, wie viel Geld habe ich. 2,8, fast 2,9. Hollywood zu erlegen, kostet oder ergibt, glaube ich, eine Errungenschaft. Ist quasi... Ist quasi Teil der Story. Ich weiß gar nicht, wie viele Story-Missionen, Errungenschaften es da noch gibt. Aber wir gucken. Ist so richtig dunkel. Warte mal, was war denn noch mal? Ne, er war das Auto laufen. Jetzt habe ich hier die Markierung weggenommen. Ich habe hier auch zu viel Markierungen hier. Spurmarkierungen. Den nehmen wir alle mal weg. Ich weiß gar nicht genau. Ne, schnell, weil so will ich gar nicht. Lagerplatz? Fragezeichen. Keine Ahnung, ich wollte nur die haben hier. Die können wir auch mal wegnehmen. So, und die drei hier, was ist das denn? Die sind irgendwie alle viel zu viel hier. Ich weiß gar nicht genau. So, ist das Ganze mal ein bisschen ruhiger. Also das hier war nochmal die Spurmarkierung von dem, was wir gerade gesucht haben. Ich glaube, die Tiere, die wir da gestern hatten, da stehen sie wieder. Sag mal, ist einer von euch zufälligerweise angeschossen? So, wir müssen mal ganz kurz in die Enzyklopädie. Maultier, Maultier, Hirsche sind nochmal was? Ach Gott, wo sind sie denn? Jagdstufe 5. Okay, Jagdstufe 5. Und das heißt, genau das eine Gewehr nehmen wir raus. Gucken nochmal eben hier durch das Fernglas. Wo ist denn das Fernglas jetzt hier? Was ist denn mit ihm hier? Maultier, Hirsche, Trophäe, Einstern, Jungmännisch, Ruhig. Also den hier zum Beispiel, den könnten wir doch erledigen. Den allerersten. Ach Gott, das war was mit den Pfeiltasten. So, den haben wir. Und der jumpt nach links weg, macht aber eine Rechtskurve und jumpt dann hier in die rechte Richtung. So, da irgendwo. Jetzt bin ich mal gespannt. Ob wir den erlegt haben, das müsste, ich sag mal, so ein Einstern-Mautier, Hirsch sein. Und wenn wir jetzt nochmal überlegen, dass wir ja irgendwie unsere, wie heißt denn das, unsere genetische Fitness irgendwie steigern müssen, dann wird natürlich schnell klar werden, dass wenn wir die Einstern-Dinger rausnehmen, dass wir dann einfach auch... Wo sind die bloß hin? Das ist die, wenn die Einstern-Dinger raus sind, die mit den zwei Sternen natürlich mehr Spaß haben. Also dass sie dann häufiger in der Gruppe eben vorkommen, logischerweise. So. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, das ist jetzt wahrscheinlich die alte Spur. Mit dem alten Blut, oder? Was haben wir denn hier? Tier überlebt. Tja, ich denke mal, das wird das, obwohl das ist schon ziemlich viel, ne? Der muss ja hier so ein Kreis gelaufen sein. Das heißt, wir müssen den ja dann hier auch nochmal erwischt haben. Also, der muss ja dann hier nochmal langgelaufen sein. Da ist noch was. Ah, haben wir keinen Staddax. Die gehen wir auf den Sender. Also, die müssen wir auch mal ausschalten. Die amerikanischen Dachse. Also, ich sag's mal so, dass... Aktuell ist mein Hauptproblem, die Spur zu verfolgen. Kleine Menge Blut. Also, ich sag mal, ich hab den eigentlich richtig gut getroffen. Hier steht, Tier überlebt. Das heißt, eigentlich trifft er nicht so richtig. Eine Untersuchung der Herkunft der Blutspur. Und jetzt genau da, wo ich bin, ein Ding setze. Ich hab auch noch nicht raus, in welche Richtung die Hufe zeigen müssen. Das sind ja die Dachs-Sachen. Das interessiert natürlich nicht so unbedingt. Ich würde schon denken, dass ich ihn gut getroffen habe. Das ist halt hier nur schwierig. Ja, das sind wieder die Dachse. Die brauchen wir gar nicht erst antatschen. Ich meine, wir haben das ja im Fernglas gesehen. Der ist halt hier lang. Und der muss ja dann hier irgendwo hoch. Bzw. er muss ja hier halt irgendwo lang gelaufen sein. Und Karnischer Dachs, Maultier, Hirsch. Ich würde denken, von hier kamen die, oder? Ich meine... Da sind sie, da springen sie rum. Und da ist auch wirklich keiner von denen verletzt, ja? Crazy, crazy. Also ich sag mal so, wenn da steht, Tier überlebt, wird das wahrscheinlich heißen, dass das Tier überlebt. Was wiederum bedeutet... Bei Entdeckung, Maultier, Hirsch. Die Frage ist, das sind das die... Weißfädel, Hirsch. 100 Meter. Enzyklopädie, Weißfädel, Hirsch, Jagdstufe 5. Okay. Also auch hier... Könnten wir... Oh, wow. Okay, der war richtig daneben. Alter Falter war der daneben. Eieieiei. Okay. Die Woche fängt gut an. Wird die gleichen Probleme wie beim letzten Mal. Ja, Max, so wird das ja aber nix, ne? So wird das aber so gar nix, kann ich mal sagen. Ist er das wieder? Weißfädel, Hirsch. Ja, ruhig. Naja, eigentlich müsste der, die wir gerade hatten, jetzt nicht ganz so ruhig sein. Der müsste zumindest noch ein bisschen aufgeregt sein. Also, hier gibt es keine Spuren, die auf Blut hinweisen. Mault hier, Hirsch. Wie liest man das denn? Die Doppels hier, diese beiden Punkte, die da sind, die sind vorne, oder? Sind die hinten? Ich würde mal sagen, die sind hinten, oder? Das heißt, die gehen in diese Richtung eigentlich. Da blinkert aber alles hier. Ja, es ist vielleicht auch einfach hier nicht der richtige Ort, um irgendwelche Sachen zu finden. Hier ziemlich viel los ist. Also, dieser komische, da haben wir schon zwei Hirsche, die uns von der Flinte gesprungen sind. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Aber das ist der letzte, aber wirklich definitiv mein Problem. Das hier finde ich so, okay. Den kann man jetzt auch nochmal versuchen. Ich meine, 200 Meter. Ja, also es bleibt ein Mysterium, warum wir die nicht richtig getroffen haben. Ob wir da nicht die richtige Waffe für haben, oder ob ich da irgendwas falsch mache. Also, wie gesagt, der zweite jetzt gerade, den ich da versucht habe zu schießen, der war jetzt nichts. Aber die anderen, finde ich, die waren schon auch okay. Derer jetzt schon drei sind, die ich, falls sie denn tot sind, nicht finde. Da gehen wir noch weiter. Das ist ein männlicher. Den versuchen wir dann nochmal zu schießen. Der ist immer noch ruhig. Der ahnt noch nicht, was ihm gleich passiert. So, guck mal hier. 150 Meter, der steht eigentlich richtig gut. Den habe ich nicht getroffen. Oder vielleicht auch doch. Der hat ja jetzt so nach hinten ausgeschlagen. Habt ihr das gesehen? Da müssen wir mal rüber mal gucken. Also, da gucken wir jetzt aber auch mal. Also, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob ich den getroffen habe oder nicht. Keine Ahnung. Oh, wir haben auch keine Munition mehr. Das ist vielleicht ein bisschen blöd. Reiche Hollywood. Das ist easy. Die quiet, move slowly. Du wirst sich an der Grenze zu tun. Wie wir das Tigers rennen. Ich versuche, so wenig Lärm wie möglich zu machen. Sonst allerdings... Lego Hollywood, den Mauttierhirsch mit einem abnormalen Geweih. Okay, okay, okay. So, die Frage Nummer 1, die wir uns stellen, wo haben wir den? Ah ja, hier, guck mal. Hier haben wir ihn erwischt. Hier ist er gestanden, glaube ich. Ja, hier auch schon wieder. Tier überlebt. Unglaublich. Unglaublich. Das kann doch netz sein. Kleine Menge Blut. Also, aber hier geht es weiter. Was ist das? Weißwiedelhirsch. Urinuntersuchung. Wirkt frisch. Blut. So, die geht auf jeden Fall hier hoch. Die Spur. Gucken mal, ob wir hier noch ein bisschen was mehr finden. Ja, hier geht noch mehr hoch. So, mal gucken. Ja, das ist natürlich eine schöne Spur. Die geht halt jetzt hier so nach oben und das sehen wir dann auch tatsächlich hier nochmal an dem Strauch vorbei. Da oben ist auch nochmal ein Strauch. Hervorragend. Wir sind ja momentan echt darauf angewiesen. Ach ja, und hier seht ihr schon wieder, das geht, macht hier schon wieder so ein Dings, ist das so ein Pfeil? ich muss mal gucken, oder ist das einfach, das hört dann auf zu bluten an der Stelle. Oder heißt das, er macht eine Links- oder Rechts-Kurve? Ich sehe halt schon wieder nix mehr. Macht das eine Rechts-Kurve dann? immer noch ein Stück geradeaus und gucken, hier nochmal weiter. Kann sein, dass das halt bedeutet, da hört die Bootung auf. Aber ehrlicherweise, wir haben halt hier keine anderen Hinweise mehr. Wobei der jetzt der letzte Hinweis. Hier. Das bedeutet, dass der hier um die Kurve gelaufen ist, also wirklich um die Ecke rum. Oder es bedeutet halt wirklich, dass die aufgehört haben zu bluten, dass es gar nicht, gar nicht um Verletzungen ging. Hier vorne ist noch was. Glaube ich zumindest. Ne. Ah ne, das sind hier so ganz große Dinger. Man kann schon Dax gammelt hier ab. Schwierig. Jetzt haben wir die eine Sprur wieder verloren. Ja, kann das sein? Okay, Mountain by PT. Ach du heiliger Bim Bam. Ja, jetzt haben wir wirklich die Sprur verloren. Ach je. Ja, da muss man einfach mitunter nochmal neu anfangen. Das ist natürlich bedauerlich. Also ich sehe keine Spur. Ich weiß nicht, wie es euch da so geht. Ich sehe keine Spur. Und das ist jetzt schon das zweite Mal, dass dieses Symbol von Blut, also so ist, dass es diesen Rechtsknick gibt. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Es könnte halt sein, dass es heißt, hier hört das Blut auf zu Tropfen oder so. Zumal eben am Anfang, dass es gezeigt wird, also da steht eben am Anfang, das Tier überlebt. Schwierig. Ich habe ein bisschen das Problem, ich möchte die Tiere halt nicht liegen lassen. Wenn ich sie halt erschossen habe, oder dann möchte ich sie eben auch aufsammeln. Das ist so ein bisschen eigentlich meine Idee. Oder auch, sagen wir mal, ein Stück weit die Ethik, die ich finde, die man machen sollte. Man sollte keine Tiere hier liegen lassen. Aber gerade kann ich nicht anders, weil ich jetzt halt die Spur verloren habe und hier oben ist einfach auch nichts mehr zu sehen. Da war nochmal was. Weißwedelhirsch. Also. Ich habe sie irgendwie nicht erwischt. Das muss man ja nun mal so sagen. Oder zumindest nicht ausreichend erwischt. Es ist doch die Frage, ob es jetzt an meiner Präzision liegt. So, das war ja nochmal hier. Guck mal, hier ist zum Beispiel wieder der Blutdings. Der Blutdings hat ganz, ganz gut. Kleine Menge Blut. Also. Und der geht halt hier hoch. So. Dann haben wir hier nochmal einen. Und der knickt halt so ab. Den markieren wir nochmal. Wir machen da nochmal eine Sturmarkierung hin. Also der knickt halt hier so nach rechts ab. Ich weiß nicht, was das bedeutet, weil. Düdlüm, düdlüm, düdlüm. Noch mal zurück. Wo ist der andere? Hier. Der knickt eben nicht ab, wie ihr sehen könnt. Der hat halt mit einem geraden Schnitt. Also so einen geraden Strich quasi. Hier der auch. Also das heißt, dieses Abknicken bedeutet irgendwas. Und entweder bedeutet das. Also vermutlich würde ich mal denken, bedeutet das eher, dass. Er müsste dann vielleicht nach links gelaufen sein. Also das könnte ich mir am ehesten erklären, dass der nach links abgebogen ist. Links haben wir noch nicht geguckt. Könnten wir natürlich auch mal machen. Ob wir jetzt hier irgendwo noch eine Spur finden. Aber auch hier ist nix. Malte, hier höre, schweiblich, ruhig. Na gut, ich würde sagen, dann lassen wir das mal. Wir haben es ja markiert, irgendwie hier. Ich finde halt tatsächlich einfach keine weitere Spur. Und wir beobachten das mal, ob das mit diesem, mit diesem rechtsteiligen Pfeil, ob das bedeutet, dass die Blutung da vielleicht aufgehört hat. Ich kann mir das gerade nur so erklären, denn ihr seht ja hier, es gibt hier keine anderen Spuren mehr. Also hier leuchtet gerade für mich zumindest sichtbar nichts mehr auf. Und das hatten wir auch gerade bei dem, den ich anfänglich versucht habe, nochmal zu finden. Hier leuchtet einfach nix auf. Oder heißt das hier nochmal was? Ne. Es gibt auch keine Fußabdrücke. Das ist natürlich schon so eine Kombi. Fußabdrücke und Blut wäre halt eigentlich schon auch eine ganz gute Kombi. Wir haben es markiert. Mehr können wir gerade nicht machen. Jetzt brauchen wir Hollywood. Hollywood liegt wo? Aber jetzt hier irgendwo. Hüpfen wir mal über diese Sache hier drüber, über diese Bergkuppe. Ich war heute ein bisschen spazieren und dachte so, ja, bei Wind und Wetter es macht schon auch Laune tatsächlich. Also ein bisschen Natur, Bewegung, Wanderstiefel an und so. Schon cool. Können wir mal gucken. Szene, da hören wir gerade irgendwas? Nö. Da gehen wir dann mal bis an diese Baumnaht ran. Ich weiß nicht, gibt es bestimmten Fachbegriff für, dass man weiß, wie diese Baumnaht heißt. Also diese Reihe, wo die Baumwolle quasi aufhören zu wachsen. Diese Rand vom Wald quasi. Ja, bestimmten besonderen Namen. Ich weiß ihn gerade nicht, aber falls ihr ihn wisst, ihr wisst schon, Kommentarbox und so. Das ist bestimmt nicht schlecht. So vorne war gerade irgendeine Spur. Ah, Alakanischer Dachs. Das ist wirklich Leidwesen mit diesen Dachsen. Müssten wir nicht die Gruppe hier da eigentlich umgangen haben, also umrandet haben, umkreist haben? Wir sind die auch wieder zurückgelaufen. Keine Ahnung. Grauwolf. Ja, genau. 180 Meter. Da irgendwo muss ein Grauwolf sein. Steht er da vielleicht? Eine Zoom-Funktion, ne? Zoom-Funktion wäre gar nicht so schlecht. Was ist denn da los? Der läuft da durchs Unterholz. Jagd, der irgendwas da. Da oben. Krass. Äh, hallo, bleibt noch mal stehen. Wie viel kommen denn da? 100? Grauwolf. Jung, weiblich, ruhig. Die laufen gerade da hoch. Ich kann leider nicht ran zoomen. Ihr müsst ganz nah ran mit der Nase. Interessant. Okay, okay, okay. Ich hoffe mal nicht, dass mir jetzt entgegenkommen und mich jetzt hier bei meiner Hollywood-Nummer irgendwie stören. Ich glaube, Hollywood werden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge suchen. Das wird ein Spaß werden. Wahrscheinlich werden wir jetzt so zwei, drei Folgen nur Hollywood suchen müssen. Wir sind doch jetzt hier im Gebiet, ne? Weißwedelhirsch. Also, ich bin unglücklich über die, ähm, ja, über die Tatsache, dass wir hier nichts finden, dass die Spuren so komisch und so schwierig sind, dass wir den Spuren nicht nachgehen können. Weiß ehrlich gesagt noch nicht genau, wie wir das lösen wollen, das Problem. Man kann ja schon mal festhalten, ich treffe die Tiere ja. Offensichtlich treffe ich sie. Und das führt ja irgendwie offensichtlich auch dazu, dass sie bluten und dass sie weglaufen. Ich sag jetzt mal, von der Warte her mach ich jetzt erstmal nichts falsch, ne? Ja, bleib dir mal ruhig da oben, es ist okay für mich. Ja, da würde ich sagen, machen wir an der Stelle Schluss. Vielleicht gehe ich zu diesem Hochsitz da, ich bin mir noch unschlüssig. Ich bin mir ehrlich gesagt noch unschlüssig. Wir müssen ja eben, warte mal, Hollywood, den Maultierhirsch mit einem abnormalen Geweih. Maultierhirsche sind hier oben, also man könnte sagen, am Fluss ein bisschen entlang. Irgendwie laufen die Wölfe da, so lange. Ich weiß nicht, wie schwierig der Hollywood ist, wie schwierig der zu jagen ist. Ich gehe mal davon aus, weil der eben storybasiert ist. Na, das ist jetzt nicht so die Herausforderung ist, aber wissen tue ich es eben auch nicht, das muss man eben auch sagen. Gut, meine Damen und Herren, sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich würde an der Stelle mal Schluss machen für heute. Wir sehen uns dann über, äh, übermorgen wieder. Ich nehme das natürlich jetzt sofort in einem Stück auf. Ihr seht das dann in zwei Tagen. Was haben wir da? Maultierhirsch. Ist Hollywood männlich oder weiblich? Ich würde denken, der ist bestimmt männlich, oder? Man weiß es nicht. Ja, aber wir könnten doch. Wir haben noch gar keine Bedürfnisgebiete. Wir können gar nicht sagen, wir machen die mal alle hier weg. Wir können gar nicht genau sagen, ob die hier essen oder nicht. So, Schluss jetzt. Also wir sehen uns nächste Folge wieder. Ich hocke mich mal hier hin. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.